Hi ihr süßen Puppies, ratet mal wo ich gerade bin. Ich bin gerade in der Uckermark in Petershagen mit Ades Zabel. Und warum sind wir hier? Na, weil wir eine Home-Story machen über mein opulentes Haus. Das ist ja nicht nur meins, sondern auch das Haus meines Freundes. Klausi heißt der nämlich auch. Wir haben beide denselben Freund. Zum Glück habe ich meine Gummistiefel angezogen. Wir müssen auch vorher gleich noch mal ein Schnäpschen trinken, Schatz. Ich mache dich heute besoffen. Da habe ich richtig Lust drauf. Guck mal hier, man sieht schon wo ich war. Ja, das ist aber eigentlich nicht schlecht. Ja, denselben Mann, aber irgendwie sehen die unterschiedlich aus. Ja, die verwechseln dann immer. Je nachdem wer länger mit dir oder mit mir zusammen ist, dann wechseln die nicht aussehen. Ja, sind Formwandler, sind Formwandler. Trink deinen Schnaps. Ach so, ja. Schneller. Man. Wir müssen doch ja, hallo, wir haben hier keine Zeit. Du, ich soll doch noch kochen für uns. Ja, das schaffst du schon, Vater, da sind eklige Spinnen auch. Ja? Und wir sind heute hier und wir drehen für meine Late Night am 3.10. im BKA Theater ab 23.30 Uhr eine Homestory. Feiert Premiere im BKA Theater am 3.10. und danach sieht man das natürlich auch auf YouTube. Ah, das freust du dich. Ich bin sehr gespannt und wir werden wirklich über alle Themen reden, die wichtig sind. Du siehst jedenfalls top aus. Ja, das finde ich top aus. Ja, also ich finde es spektakulär. Sonst köpfe ich dich, Poutine. Ja, 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 ruhig auch ein bisschen kräftig, ja. Farblich Poutine. Nee, ich möchte eher lieber unwichtige Themen sprechen. Dann reden wir auf jeden Fall über alles, was wirklich niemanden interessiert und uns auf jeden Fall. Genau. Bis dann, bye. Nee, ist toll. Nee, das schaffe ich schon. Warte mal. Bis zum nächsten Mal.